er wandert herum weiß noch nicht ob das gut war dass ich runtergegangen ich Ich habe schon festgestellt, dass der nicht hoch kann. Was kann ich Ihnen denn jetzt in den Weg stellen, damit Ihn hier kann ich Ihnen in den Weg stellen. Ich habe irgendein Geräusch gehört, was mir sagt. Jetzt kommt er da lang. Was ist gedingst? Ich habe irgendeine Geräusche. Okay, dass das Spiel sagt, du hast es geschafft, du kommst weiter und dann stellt er mir den auf den Weg. Naja. Noch ein Stück Geschichte. Ja, das genau. Mit der riesen Bärenfalle. Satz, du hast es geschrieben. Ja, das ist so. Das ist so. Und hier ist es nö Firste. Und hier ist es Und hier ist es eine Verflugge. ok er wird ihn unbedingt verletzen und besiegen und der andere retten das kann ja was werden dieses bild hier haben wir runter ist nun zu gucken darf nur zu gucken warum ist da oben im haus habe ich sich sowieso viel zu viel steht auch etwas aufläuft ich habe keine ahnung ich muss jetzt hier hoch ja ja immer spannend was das alles noch wird mit den ganzen rätseln mit den ganzen bildern es ist wieder so ein spielbild ja jetzt bin ich der hund und muss daraus ok darf nicht zum schrank werden dann muss vorne aus da 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 bei der zwei muss ich warten dann drei vier weg eins ah ja bei der zwei musste ich warten muss ich den wochen von vorne oder nur von denen ok der dritte war das ok und da kann ich weg die drei auf die zwei in der stelle dann ich denke den ich denke nach die 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 bei Nochmal vier. Okay, das wird schwierig. Also warten auf die zwei, auf die drei, uh, noch einen warten. Jetzt auf die zwei. Die ganze Zeit Angst und dann leckte ich nur ab. Okay, meinetwegen. 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 Ja, äh. Ich muss hier runter. Hm, links oder rechts? Okay, da sind zwei von denen, die... Es sind auch zwei Hunde. Also wenn ich in die Mitte springe, bin ich schon mal weg. Die kann ich auf die andere Seite bringen, aber wenn ich hier hingehe, kommen sie wieder zurück. Okay, weinen. Untertitelung. BR 2018 Okay, der kann den Hund wegschieben. Er kann nicht hier im Mod den Schalter drücken. Okay. Ich habe nur getestet, damit er noch unterspringen kann. Okay. 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 So wollte ich euch haben. Geht nicht weiter nach links, okay. Okay. Die nächste Frage ist, was muss ich hier überhaupt machen? Wahrscheinlich muss ich zuerst mal an... ...den Schalter kommen. ...dach bis ganz nach hinten. 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 Natürlich kann ich da runter. ...dach bis ganz nach hinten. Okay, das heißt... ...dach bis ganz nach hinten. Das sind jetzt meine Bodyguards. Die mir dann egal sind. Ist das was von Segment Cracking oder so? Egal. Ein Geheimraum. Der Spiegel ist fast noch geiler als das oben drauf. So ein Abbild. Wo ist die da? Nein. Das ist ja ein großer Fahrstuhl, den ich bestimmt nachher noch hier steigen darf. Die Invent hier drauf geht. 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 Ich bin da auch tot. Gut. Ich habe das eben geschafft, dass er auf der britischen Seite war. Die Invent hier drauf geht. Die Invent hier drauf geht. Vielen Dank.